ach der moses ist wieder am rummeckern was muss man denn überhaupt machen ich kenne das so dass man mit infanterie auf drei flaggen losgeht und fertig ich spiele hier auf einmal zum ersten mal auf einer großen map ich guck erst mal in welchem squad du drinnen bist ach da bist du gut also ich gehe hier mal raus in diesem industriegelände und ich habe einen schönen karabiner 98k am start musste ja ein bisschen langsam agieren kannst ja nicht rumrennen wie so ein battlefield juchte ja die fallen aber einfach nicht um die typen naja dann sagt er einfach wie ich immer sage die am an ja guck doch ich schieße den an und das erste was der macht ein schuss zurück wo mann also ich habe jetzt eher schossen kommen hier mit irgendwelchen mps oder irgendwelchen overpowerten waffen die dich direkt dahin strecken also ich habe jetzt ein karabiner der sein ganz gut versuch mal zu mir zu kommen ich gebe mich mal heulen ja wie viel hält er denn aus er wird von drei leuten beschossen ich allein habe den schon zwei mal getroffen und er lebt immer noch moses am heulen weil die einfach nicht umfallen jetzt habe ich einen endlich moses ich komme mal zu dir ich brauche hier mit diesem scheiß gewehr 43 34 schüsse dass die mal fallen ich brauche nur zwei also zwei körpertreffer ja ich brauche da mehr manchmal drei manchmal vier also du darfst du auch nicht in die schuhsohle schießen du schießt den mitten auf dem oberkörper wie benutze ich denn die medic hier da habe ich noch einen erwischt naja also geht doch jetzt bin ich wieder tot 3 zu 6 hier ist es ungünstig wo bist du mein modus gleich wieder battlefield ey das kann ich wenigstens au jetzt bin ich auch hier gestorben ah so naja da ist auch ganz schön viel los das ist scheiße ich gehe bei b raus und versuche die denn zu umlaufen auf die höhe auf die höhe klar thompson m111 äh jetzt sind auch schon wieder die waffen die wahrscheinlich erst ganz am ende oder so darfst du doch nicht so vorrennen zack zack ein schuss treffer yeah wo bist du moses ach da hinten doch wieder tot ja jetzt vorne hinten bei b also bei diesem fall äh dahinter und dann kommst du zu mir da jetzt kommst du zu mir gelatscht wenn ich hier nicht auf dem weg zu dir schon wieder umfall mhm könnte passieren kommt drauf an wo die gegner sind auf dem dächern so ah da bist du so wir werden jetzt versuchen auf den hügel da oben wo der typ da oben ist ja da werden wir jetzt auch hin oxidieren b roi wollen wir nicht hier hoch naja dann geh du hoch und ich warte erstmal und sicher dich wenn du oben bist sagst du ja dann komm ich hinterher alles klar ah da hinten ja da hab ich schon hingesehen ich bin oben gut ich komme du erschreckt mich nicht so da oben kommt ein jeep da oben ist ein jeep ja ich seh'n ja ich seh'n ja ich seh'n ja ich seh'n der fährt zum pixelpapst ja ich hab'n alter ich schieße ihn an und du klatschst ihn weg oder wat kann sein ja da kommst ja wieder ein jeep unten an der straße ich hab'ne panzerfaust am mann ja alter ich hab'ne panzerabwehrsoldaten weißt du wo bist du denn jetzt noch jetzt hör'n ich sterbe ich sterbe warum rennst du denn da hoch und da rechts schießen sie da unten kommen die jeep oh hast du das gesehen da hinten läuft einer da kommt der nächste jeep da ist einer ausgesprungen boah die triffst du doch niemals auf die distanz wenn die laufen oh die kommen jetzt aber an ne oh geil boah ey in der fahrt da hab' ich ein hittig geben da hinten sind die anderen jeeps so ich ziele jetzt auf die tür wenn da einer rauslunscht kriegt er eines verbraten aber wir haben eine gute luftüberlegenheit da kommt der nächste jeep ich hab' da einen rausgeschossen ich hab' da zwei rausgeschossen naja also hier musst du mal ein bisschen langsamer gehen das ist äh du musst dir wirklich du kannst auch mit dem mausrad äh die entfernung einstellen ne ich kann da gar nix brauchst du wahrscheinlich wieder erst so einen cheater wie hier kann sein oh ich lade nach geh mal lieber ein bisschen in deckung die brauchen nur einen schönen schuss und dann bist du weg da oben kommt ja wieder ein jeep am fahrer kommt er hoch ja also ich hab' der jeep ist halt in so'n fahren ne echt der ist da hinten hin was hast weißt du was du hast du hast kein ding zu lassen halbautomatik der hat nicht so viel gebums oh ich bin tot ja mich schießt auch irgendwas an wo sporen wir jetzt ach ich bin tot ich wusste jetzt nicht wo der ist wir werden wieder da hinten spawnen und dann ich muss ja mal warten jeder muss sterben wir wir bei B3 spawnen und dann gehen wir auf die Hügel schön wie du da oben im im Dings hockst ach ich bin der Kerl vom Wachturm ja ja lass dir dich die Waffe wegnehmen komm runter das war ziemlich gefährlich jetzt hier die weite Strecke hier lang zu latschen müssen wir eigentlich A einnehmen ja wir müssen nach und nach alles einnehmen und was hat oben links das zu bedeuten was oben links die Zeit oder was ja die läuft dann irgendwann ab also wer denn die meisten Punkte hat oh da oben ist Ena da oben ist Ena ah ich bin reingelaufen wo bist du reingelaufen in die Halle yeah fuck alter hast du das gesehen ja so warte mal ich muss nachladen oder nee ist nachgeladen alter da haben sie jetzt Eens verbraten ich krieg die Arsch man oh die greifen uns jetzt an hier jetzt da unten ist ein Motorrad und da werden jetzt gehen die Halle rein du hast eine Halbautomatik ja also ähm du brauchst sowieso mehr Schuss da müsste jetzt irgendwann gleich durch die Tür Ena kommen ja musst du aufpassen die Tür ist zu kann man die aufmachen nee achso ich dachte die ist so angelehnt ich höre was ich höre was ich höre was nee lass uns wieder zurückgehen ja lass hier die Treppe hochlaufen da haben wir auch einen guten Punkt gut ich lunge mal hier aus der Tür raus ich seh noch nichts du kannst dich auch hinlegen ne also es geht auch wo denn oh da ist ein Jeep da ist ein Jeep da ist ein Jeep wie lege ich mich denn hin mit Z also das ist ein englische Dings oder oder mit Y da ist der Jeep da ist der Jeep ja der hat aber keinen Gunner ja runter aber trotzdem müssen wir den eliminieren durchschlagende Panzerung bringt dort was wo ist der Typ der fährt da hinten rum aber der will uns umlaufen äh umfahren ich hab die Panzerung durchschlagen stand da ja das bringt aber nicht viel ich muss nachladen oh man das wird jetzt auf jeden Fall die letzten paar Minuten da kommt einer da fährt schon wieder ein Jeep Treffer ich hab ihn getroffen den Fahrer unten 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 läuft einer hier direkt ja ich kann ja nicht in deine Schussbahn wolltest du nur mitteilen boah ich hab den auch verarbeitet ja ich hab gesehen die Blutspritzen hier es ist so spielerisch so ein bisschen wie Arma also du musst ja wirklich sehr sehr langsam agieren scheiße es ist nicht wie Arma hier hast du keinerlei irgendwie Pulled Drop oder so kommt es mir vor oh ich hab ihn getroffen ich hab ihn wieder getroffen und er ist nicht umgefallen siehst du naja weil ich wahrscheinlich nur in die Bene geschossen habe da unten da ja ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn haben wir jetzt gewonnen steht doch da wir haben wir wollen oder Germany win also wir haben Germany win und dann kannst du oben deine Soldaten angucken was du alles gemacht hast bla 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 ich hab zum Beispiel ein Ribbon gekriegt für Laufen oder so Mist also 6 zu 2 kann man so stehen lassen also war doch ganz gut ich hab 6 zu 9 hey ja man das ist halt so aber war gut b das ist halt so ich hab開心 ich hab mich dir ich